Hildegard und ich sind in Muri im Spital in Schwangerschaftsturnen miteinander und haben auch fast miteinander unsere Jungen bekommen. Mein Name ist Ruth Hirth, ich bin im Bremgarten aufgewachsen, ich war an der Premiere in Wolle mit einer Kollegin und eines Tages, der Circus Monti, ist im ersten Jahr seit rund zwei Monaten unterwegs gewesen. Dann kommt Heidi widmert zu mir und sagt, die Hildegard war bei mir und hat gesagt, die von der Küche, das ist ein junges Mädchen, die ist wieder gegangen, das war viel zu viel Arbeit für sie. Willst du nicht mit mir kommen, das wäre doch gut. Ein Herd hat es gerade mit drei Platten, für das hat man für rund gut 30 Personen gekocht. Und dann habe ich im hinteren Teil vom Küchenwagen geschlafen. Unter den Angestellten, das waren die Schweizer, die Junge, die sind halt manchmal nach der Vorstellung in den Ausgang gegangen. Und weil man nicht so viel verdient hat, haben sie auch Hunger gehabt. Und dann sind sie halt am Küchenwagen geklopfen. Ruth, hast du noch etwas? Kannst du uns noch etwas machen? Und selbstverständlich hat es immer etwas gehabt. Nein. Bis nach Hause. müssen jin aman. Spaß